Was geht ab meine Freunde, ich bin's wieder, euer Xerox und heute kommen wir zu einem neuen Tutorial oder besser gesagt zu einem weiteren Wir bauen ein Tycoon Video und teilweise auch Tutorial, weil wir natürlich auch was bauen werden und zwar mal wieder in Blender. Ich habe ja auch schon mal angesprochen, dass hier die Bäume ein bisschen nervig sind oder besser gesagt auch zu wenige sind. Und aus diesem Grund werden wir mal ein bisschen heute ins Terrain gehen. Das heißt, wir werden Bäume erstellen und vielleicht ein, zwei Blumen mal sehen. Ja, dann beginnen wir einfach mal. Ihr seht auch schon hier unten, dass ich ein Add-on drauf habe, damit ihr sehen könnt, was ich drücke. Das heißt, wenn ich mal W drücke oder E oder A oder S oder D, das seht ihr dann alles jetzt. Das heißt, es können auch kaum noch Fragen aufkommen, was ich hier genau mache. So, das erste, was wir machen, ist Shift und einmal auf A drücken. Hier wird es auch angezeigt. So, nochmal. Dann erstelle ich mir eine Plate. So, halt Shift gedrückt, drücke einmal hier unten, linke Maus, das ist da drauf. Gehe auf Entfernen auf der Tastatur und lösche die ganzen Vertics raus. Dann setze ich mir hier eine Origin, das bedeutet Set Geometry to Origin und ja, darauf arbeiten wir jetzt. Das heißt, wir gehen einmal auf diesen Schlüssel hier, gehen dann auf Skin und gehen nochmal auf Subdivision Surface. Und ja, jetzt können wir eigentlich schon loslegen. Ich gehe mal hier oben gerne auf die X-Achse, damit wir einen perfekten View haben. Das heißt, ich gehe jetzt einmal auf Tab und kann jetzt diesen Ball nach oben ziehen. Gehe dann meistens immer so hierhin, versuche nochmal oder ihr drückt einfach hier oben drauf und nehmt euch nochmal den mittleren Punkt. So, dann erstelle ich jetzt teilweise so gesagt einen Baum. Gehe nochmal auf die Y-Achse, wähle mir nochmal hier diesen mittleren Punkt aus, drücke wieder E, ups, so, und wähle mir wieder die Mitte aus, gehe wieder hierhin und wähle wieder mit E und gehe wieder ein bisschen weiter auseinander. Ja, das heißt, jetzt können wir ein bisschen schon mal deformen das Teil, das heißt, ein bisschen hier hin und her bewegen, ein bisschen rummoven. Wir werden das aber gleich eh noch anders machen, das heißt, gleich wird das nicht mehr so aussehen, wie es jetzt aussieht. Das ist nämlich ganz wichtig. Und da werden wir das hier auch nochmal ein bisschen umändern. Wir müssen halt auffassen, hier können meistens immer so Löscher entstehen in diesem Baumstamm, das wollen wir natürlich dann eher vermeiden. Wir gucken nochmal, dass der Ast hier vorne ein bisschen weiter in die Mitte kommt, damit der nicht so irgendwo da hinten ist. Weil das sieht halt doch schon ein bisschen komisch aus dann. So, wenn wir damit zufrieden sind, ja, der hier ist mir immer noch nicht so perfekt gerade und deswegen müssen wir den nochmal ein bisschen anders setzen. Wenn wir wollen, können wir jetzt noch einen Stamm nach oben machen, das heißt, wir gehen einfach wieder mit E auf den mittleren Punkt und setzen uns, ja, nochmal einen hier oben hin. Und jetzt seht ihr das schon, hier können Löscher entstehen. Diese Löscher sind aber meist nicht schlimm. Warum? Weil man das in Roblox Studio komplett umändern könnte. Ja, wir müssen jetzt aber schauen, weil ich mag diese Löscher meistens nicht so wirklich zu bearbeiten. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie perfekt hinbekommen. Ja, so ist doch gut. So ist gut, dann drück ich schon mal E und machen wir hier oben nochmal einen Stamm hin. So, so sieht das Ganze dann jetzt aus. Jetzt könnten wir hier vorne oder hier unten in dem Stamm noch einen Punkt setzen. Wie funktioniert das Ganze? Es täglich gedrückt halten und dann auf R drücken. Dann haben wir hier nochmal so einen Punkt, den können wir uns auch noch ein bisschen verschieben, so wie wir lustig sind und so, wie es am besten aussehen könnte. So, das setzen wir uns nach unten. Wir gehen jetzt hier unten auf den untersten Stamm, drücken STLG und A und können das jetzt ein bisschen breiter ziehen, dass wir diesen Effekt hier ungefähr bekommen, so wie hier. Dann gehen wir hier auf diesen Punkt nochmal und setzen uns nochmal ein Stückchen nach oben. Wenn wir jetzt STLG und A wieder drücken oder gedrückt halten und wieder auf A gehen, dann können wir den hier ein bisschen dünner machen. Und das machen wir am besten überall, damit wir ein perfektes Ergebnis erhalten. So sieht das Ganze jetzt aus. In dem anderen View sieht das so aus. Sieht halt noch nicht so perfekt gut aus, muss man sagen, aber es reicht für das, was wir vorhaben. So, und zwar drücken wir nochmal drauf, können rechte Maustaste, nee, noch nicht rechte Maustaste, erstmal applyen wir. Das heißt, wir wählen uns das Ganze einmal aus, drücken auf apply und nochmal auf apply. So, jetzt haben wir, so gesagt, die Form des Baums hier vor uns stehen. Damit es aber so schön abgerundet ist, wie hier bei mir, damit es so smooth aussieht, drücken wir einmal rechte Maustaste, hier öfters Ausgewählte und gehen auf Shade Smooth und schon sieht man, aha, der Baum sieht schon ganz anders aus. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen natürlich noch eine Baumkrone. Funktioniert auch ganz einfach. Weil ich nehme immer dazu die Eco-Sphäre, so, pack mir diese nach oben. Ihr könnt davon natürlich ein paar Kopien machen, müsst ihr aber nicht unbedingt. So, ich gehe jetzt hier auf Tab einmal und gehe auf Mesh, gehe auf Transform und wähle hier den Randomizer aus. Warum den Randomizer? Weil wir da wieder toll mit arbeiten können. Das heißt, wir kriegen nicht immer die, ja, gleiche Struktur raus. Und ich finde das so eigentlich schon okay. So, wie es jetzt gerade aussieht. Und dann können wir den jetzt ein bisschen größer ziehen. Ein bisschen vielleicht nach unten rufen. So, wie ihr das möchtet. Ihr seht es ja hier, hier ist es genauso. Es ist halt durcheinander. Hier sind halt runde Teile. Hier ist ein durchgehendes, ja, der durchgehende Eco-Sphäre. Hier sind es, glaube ich, vier oder fünf verschiedene. Ja, vier bis fünf verschiedene. Und es funktioniert. Also es sieht auch relativ gut aus, muss ich sagen. Es passt auch zu diesem Low-Poly-Style. Und ich würde sagen, wir machen es so. Dann machen wir uns davon eine Duplikation. Die Duplikation funktioniert halt mit Shift und D. Dann haben wir hier eine neue Duplikation. Das setzen wir uns dann ungefähr hier so hin. Wir können das auch gerne mal rotaten. Wenn ihr STLG gedrückt haltet, rotatet ihr einen Stats im Blender. Das heißt, ihr seht jetzt schon diese gestrichelten Linien. Und damit kriegen wir halt auch wieder ein anderes Aussehen hin. Wir können nochmal so rotaten. Was wir aber auch machen könnten, wenn wir das wollen. Moment. Noch ein bisschen dran ziehen. Was wir machen könnten, wäre halt nochmal alles auszuwählen. Dann nochmal auf Mesh, nochmal auf Transform und nochmal den Randomizer zu nutzen. Und könnten hier nochmal ein bisschen an den Sachen herumspielen. Nochmal ein bisschen runtergehen. Vielleicht hier nochmal ein bisschen hoch oder auch nochmal runter. Das ist euch halt komplett überlassen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich finde das so eigentlich schon okay. Das heißt, der Ast hängt drin, der hängt drin. Der hier nicht so ganz. Aus diesem Grund tun wir den auch nochmal ein bisschen runterrotaten. Und damit hätten wir den ersten Baum fertig. Also, was heißt der erste Baum? Der dritte Baum ungefähr. Was man halt noch machen kann. Für diesen Baum beispielsweise. Man könnte Mesh wählen. Dann nochmal hier die Plane. Dann wählen wir uns hier nochmal das hier weg. Gehen nochmal hier hin. Gehen nochmal auf den Add Modifier. Eben der nochmal ein Skin. Und nochmal eine Subdivision Surface. Wenn wir jetzt einfach mal so machen und so machen, dann machen wir das ein bisschen kleiner. Hier eben so. Und hier auch nochmal ein kleines Stück. Und wir setzen uns das beispielsweise. Apply, apply. So. Wir setzen noch die Geometrie auf diesen Punkt. Und dann gehen wir ganz einfach hier hin. Rotaten das Ganze. Zum Beispiel hier hin. Gucken wir mal von der Seite. So. Ist perfekt. Recher was ist das? Und schon haben wir doch einen Ast hinzugefügt. Das würde man halt später ingame gar nicht sehen, dass das so ein einzelner Ast wäre. Man könnte es schon teilweise erkennen. Aber so schlimm finde ich das jetzt auch wiederum nicht. Weil, wie schon gesagt, Low Poly ist alles. Da kann man so gut und schön bauen, wie man möchte. So. Ungefähr, dass der Soda dran hängt. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Das war es mit dem Baum schon mal. Den Baum. Ups. Den Baum speichern wir uns natürlich ab. Das heißt, wir da oben auf File. Wieder auf Export. Dann gehen wir auf FBX. Dann suchen wir uns unser Laufwerk raus. Oder besser gesagt hier unseren Ordner. Lab Tycoon. Und wir speichern das Ganze unter Tree. Free. Das heißt, eine 3 dran machen. Und gehen auf Export. So. Damit hätten wir schon mal das hier komplett fertig. Wir können ja auch mal ganz kurz gucken, wie es ingame aussieht. Einmal auf View. Einmal auf Asset Manager. Dann rechte Maustaste auf Meshes. Add Mesh. Dann auf Tree Free. Apply All. Wenn alles hochgeladen ist. So wie jedes Mal. Alle drei Bäume auswählen. Oder alle Parts auswählen. Nicht alle drei Bäume. Sondern alle Parts. Rechte Maustaste. Insert with Location. Und schon haben wir hier diesen tollen Baum. Den wir gerade gebaut haben. In Blender. Jetzt auch schon in Roblox Studio. Jetzt können wir den natürlich noch ein bisschen kleiner ziehen. Wie ihr es halt möchtet. Und setzen den noch ein bisschen in den Boden rein. Dann kriegt der natürlich auch wieder seine eigene Farbe. Oder eine Farbe. Wir müssen nicht immer mit dem selben Braunton spielen. Das ist mal wieder derselbe Braunton. Und deswegen können wir den auch ein bisschen dunkler machen. Das ist überhaupt kein Problem. Können uns jetzt hier oben die Kronen auswählen. Können auch sagen. So. Und. Ja. Vielleicht nehmen wir sogar nochmal dieselbe Farbe. So. Und gehen mal wieder auf die Farbe. Und setzen das entweder ein bisschen dunkler. Oder ein bisschen heller. Das ist auch euch komplett überlassen. Wie ihr das gerne haben möchtet. So. Jetzt haben wir das eigentlich so weit. Dass wir uns auch hier nochmal das teilnehmen könnten. Nochmal ein bisschen scalen. Und das könnten wir jetzt. Ist halt ein bisschen komplex. Wir sollen ein bisschen langsam arbeiten. Und zwar könnten wir uns das jetzt hier noch dran machen. so dass der Baum hier nochmal eine kleine Krone bekommt. So sieht das Ganze dann aus. Also ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Muss ich sagen. Ja. So einfach kriegt man eigentlich einen Low Poly Baum hin in Roblox. Oder besser gesagt in Blender. Das waren 13 Minuten. Nicht mal ganz 13 Minuten. Weil ich auch sehr viel am Anfang geredet habe. Nun gehen wir nochmal in Blender rein. Ich lösche mir. Oh Gott. Und ich lösche mir das Ganze jetzt mal raus hier. So. Und wie schon gesagt. Wir machen jetzt mal eine Blume. Eine Blume ist auch nicht schwer. Das funktioniert fast genauso wie der Baum. Wir wählen uns hier eine Plane raus. Wählen uns in. Ja. Diese Corner. Die Ecke wählen wir uns ab. Drücken auf Entfernen. Die Vertex löschen wir raus. Dann drücken wir einmal auf Tab. Rechte Maustaste. Wieder auf die Geometrie. Dass das perfekt in der Mitte ist. Setzen uns wieder ein Skin rein. Wieder ein Subdivision Surface. Und arbeiten wieder. So gesagt mit. Ja mit E. Einfach ein bisschen nach oben. Dann wieder ein bisschen nach oben. Und so. Beispielsweise das wäre jetzt die Blume. Sieht ein bisschen komisch aus. I know. Wir haben aber auch noch vergessen. Das ein bisschen runter zu setzen. Das heißt. Schön dünn machen. Hier unten ebenso. Ja. Obwohl hier unten könnte das sogar noch. Ein Stückchen breiter werden. Dass wir ungefähr so. Gesagt das Aussehen haben. Wie bei dem Baum. So machen wir unten ein bisschen breiter. Das hier können wir noch ein bisschen. Herum experimentieren. Wie wir das gerne haben möchten. Dann mache ich mir von dem Ganzen nochmal eine Duplikation. Setze mir das rüber. Weil wir wollen natürlich nicht immer die gleichen Bäume. Äh. Gleichen Blumen haben. Die sollen ja auch mal verschieden aussehen. Das heißt. Wir machen auch mal. So eine Blume. Die vielleicht ein bisschen nach oben guckt. Ja. So. Ungefähr. Könnte man machen. Finde ich cool. Dann machen wir uns. Hiervon auch nochmal eine Duplikation. Und setzen das Ganze mal. Hier rüber. Jetzt gucken wir mal nach. Wie wir das am besten hier machen. Wie ich oft sage. Ihr könnt damit rumspielen. Wie ihr wollt. Es muss nicht immer perfekt aussehen. Wenn es für euch nicht perfekt aussieht. Sieht es vielleicht für andere Leute perfekt aus. Und das ist das Wichtige. Das dürft ihr nie vergessen. Es kann für andere Leute sehr 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 gut aussehen. So. Jetzt fehlt uns natürlich noch hier. Ähm. Ja. Die Blätter an den Blumen dran. Wie machen wir das? Ganz einfach. Wieder mit einer Plane. Immer nur mit einer Plane arbeiten. Mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht. Oh. Warte. Das wollen wir natürlich jetzt nicht wegschneiden. Äh. Wegmachen. Sondern. Wir gehen jetzt hier oben auf. Modeling. Modeling. Ganz wichtig. Oh. Jetzt seht ihr gerade. Äh. Kann ich denn hier die Dings wieder anmachen? Die Screen Case? Ne. Kann ich leider irgendwie nicht. Hm. Das ist sehr merkwürzig. Finde ich halt nicht gerade so gut. Aber ich kann es ja mal erklären. Oder so viel muss ich ja nicht mehr erklären. Weil es eigentlich ziemlich easy ist. Ihr nehmt das Knife Tool. Auf der linken Seite. Drückt einmal hier linke Maustaste drauf. Drückt hier linke Maustaste. Und versucht daraus einfach so eine Art. Ja. Blatt zu machen. Es muss nicht perfekt aussehen. Wie ich ja immer sage. Dann drückt ihr einmal auf die 3. Und wählt euch diese Teile hier aus. Drückt auf den Fernhaften Tastatur. Und wir löschen die Faces raus. So dass wir nur noch das Stück hier haben. So. Das war's. Das hier ist das Blumenblatt. Was machen wir damit? Wir drehen uns das ein bisschen. Gehen einmal auf die Fläche. Drücken einmal auf E. Und ziehen das ein bisschen raus. Wir können auch nochmal mit S ein bisschen reingehen. So wie hier auf der Seite ebenso. Zack. Und damit hätten wir ein Blumenblatt. Swoofen noch einmal. Dann gehen wir nochmal hier unten auf. Wie hieß das jetzt hier? Object Data Property. Dann gehen wir auf Normals und machen Auto Swoof noch mit rein. So. Upsa. Jetzt habe ich da noch was ausgewählt gehabt. Das wollte ich natürlich nicht. Und dann setzen wir uns dieses Blätschirn hier mal dran. Obwohl das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen uns das Blätschirn nicht hier dran zu setzen. Das machen wir später. Was müssen wir hier noch machen? Einmal kurz Apply, 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 Apply und nochmal Apply, Apply. Rechte Maustaste, Shade Smooth, Shade Smooth und Shade Smooth. So. Dann brauchen wir noch was. Eine Ecosphäre. Dann gehen wir nochmal auf den Randomizer. Obwohl wir könnten auch. Wie ging das nochmal? Da muss ich ganz kurz nachgucken. Ah genau so. Setzen wir uns ein paar Teile mehr dran. Also das war jetzt mit SCRG oder Control und B. Dann könnt ihr da ein bisschen mehr dran arbeiten. So. Dann wählen wir uns alles aus. Wir gehen einmal auf Mesh, Transform und wieder ein Randomizer. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Upsa. Nicht alles auswählen. Nein. Nein. So. Nur das hier. Das können wir theoretisch jetzt nach oben setzen. Und wir können das gleich mal ins Studio implementieren. So wie es jetzt gerade ist. Das alles. So wie es einfach ist. Wir müssen das jetzt nicht fertig bauen. Im Studio. Weil ich habe da schon ein bisschen was im Kopf. Und denke mir gerade mein Teil dabei. Und das nenne ich dann ganz einfach Flower. Gehe auf Export. Gehe wieder ins Studio rein. Gehe auf View. Asset Manager. Drücke hier einmal drauf. Mesh. Add Mesh. Und dann haben wir hier Flower. So. Das sind jetzt. Wie viele Files. Sechs Files. Und das geht vollkommen klar. Wenn alles rein. Habe ich sechs Files gesagt. Das sind fünf Files. Gott. So. Dann wählen wir uns alle aus. Gehen auf Insert with Location. Na jetzt lädt es. Es lädt. Oder? Nochmal. Insert with Location. Aha. So. Jetzt haben wir die ganzen Sachen hier drin. Sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So. Damit es aber noch besser aussieht. Man sieht jetzt auch hier. Dass hier Löcher drin sind. Deswegen auf Double Sided gehen. Oder Double Sided. Dann verschwinden die meisten Löcher. Aber so schlimm ist es nicht. Weil wir das sowieso sehr sehr klein scaleen. Das heißt wir werden. Man muss es ungefähr im Vergleich haben. Hier sind die. Flaschen. Und ich denke mal wir machen die Blume. So in dieser Größe ungefähr. Das heißt wenn wir jetzt die hier nehmen. Bisschen runter. Scalen. Würde ich sagen so auf. Diese Größe. Dann nehmen wir uns noch das Blatt. Dann machen wir auch Double Sided. Damit das komplett geschlossen ist. Da machen wir uns eine Duplikation von. Weil das Blatt brauchen wir öfters mal. Scalen das Ganze ganz runter. Soweit wie es geht. So. Packen uns das hier dran. Müssen halt jetzt noch ein bisschen hier ranziehen. Gehen nach oben. Rotaten das Ganze. Und setzen uns das nochmal hier hin. Und scalen das nochmal ein Stückchen kleiner. So wie man halt scalen möchte. So. So in etwa würde ich das gerne machen. Und dann packen wir uns einfach das Teil hier oben drauf. Wir können auch ganz einfach. Das funktioniert sogar noch einfacher. Wir wählen uns das aus. Gehen hier unten auf die Position. Drücken auf die Kugel drauf. Und packen das in die Position rein. Dann sieht das Ganze so aus. Wir setzen uns das nach oben. Scalen das noch ein bisschen kleiner. Immer dabei Shift gedrückt halten am besten. Dann setzen wir. Welche Farbe nehmen wir denn da? Wir nehmen einfach mal Rot. Rot ist perfekt. Wählen uns den Grünton aus. Hier für die Blätter genau dasselbe. Einfach einen Grünton. Vielleicht etwas dunkler. Obwohl das ist jetzt genau dieselbe. Und dann machen wir natürlich Plastik zu Smooth Plastik. Das habe ich nämlich gerade hier bei dem Baum noch gar nicht gemacht. Und Plastik zu Smooth Plastik. Und den Baum könnten wir eigentlich auch mal in den Ordner packen. So. Das heißt hier ist der Baum. Hier ist die Blume. Oder ja doch die Blume. Wir können sie jetzt noch ein bisschen runterscalen. Damit es noch kleiner wirkt. Natürlich das Anker nicht vergessen. Aber hier würde ich die Anker Light raus machen. Rechte Maustaste würde das umbenennen. Blauer 1. So. Und wenn das halt später dann mal auf der Wiese ist. Dann sieht das Ganze so aus. Plus nochmal einen Baum. Den ich mit dahin stelle. Weil ihr kennt mich. Ich mache ja gerne immer davon Screenshots. Und so sieht das Ganze dann aus. Das heißt hier wäre eine Blume. Man kann durchlaufen. Es würde nichts passieren. Und die müsst ihr euch halt öfters hier vorstellen. Dass die hier öfters zu sehen ist. Natürlich mit den anderen werde ich das hier auch noch machen. Und ja. Ihr könnt gespannt sein. Wie das Ganze wird. Wenn alles fertig ist. Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen dran arbeiten. Während ich mal nicht aufnehme. Das weiß ich nicht. Weil sonst würde sich das glaube ich extrem in die Länge ziehen. Und da würde ich glaube ich nächstes Jahr noch nicht fertig sein. Gut. Das war es mit diesem kleinen Video. Ich hoffe euch hat es gefallen. Zeige es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Und hier auch der Rocks. Ciao, ciao.